Scheiße, ich hab vergessen, dass ich dir Kettensäge in der Hand hatte. So, jetzt machen wir 96. Oh, nein! Oh! Erstmal was essen. So vieles Frühstücksbrot. Kettensäge! Ja, alles klar. Ich glaub, daran werd ich noch meinen Spaß haben. Hm, ich auch. Äh, gib mir mal kurz das Jetpack. Jetpack, Jetpack, Jetpack. Warum? Ich brauch Holz. Da. Jetpack! Das ist ja fast tot. Gummischuhe, hast du Gummischuhe? Nee. Ich brauch nämlich auch welche. Ah, so. Aber man hat Fallschaden, ne? Ja, ein bisschen Fallschaden hat man. Aber durch die Gummischuhe wird der ja rausgenommen. Ach so, ja okay, nee, ich hab ja nix mehr. Aber ich hab ein Battery Pack dabei. Das heißt mein, das Electric Jetpack müsste laufen. Aufgeladen werden, ja. Zerleg hier einfach mal nen Dschungelbaum, ne? Mach das. Der ist zwar direkt neben unserer Wohnung, aber ich denk wir werden eh später expandieren. Inwiefern? dass wir noch ein bisschen mehr Nahrung und so bauen irgendwann. Automatische Erntemaschinen. Die will ich auf jeden Fall bauen. Du nicht? Nee, ich nicht. Warum nicht? Ist aber praktisch. Autsch. Scheiß, ich hab vergessen, dass ich den Baum ja schon von unten angesägt hatte. So. Naja. Hast du wieder für mich Gummischüchen gemacht? Ja. In der Workbench. Liegen sie. So. Alter, das Jetpack ist viel zu schnell. Jetpack? Ja, warte, ich geb's dir. Ich geb's dir gleich wieder. Wir müssen uns mal ein zweites basteln. Alter. Batpack, lad auf. Dad. Warum lädst du die scheiß Chainsaw nicht auf? Pack. Ich hab es ausgerüstet. Ah, jetzt hat er's. Ich muss damit erst einen Block killen, damit er das Batpack nimmt. Vorsicht. der unter dir ist weg, ne? Ich weiß. Nehmen wir nur noch schnell das restliche Holz raus, damit das Ding auch decayt. Hör! Nein! Pff. Das kannst du auch später machen. Du hast ein Jetpack, du kannst über den Zaun fliegen. Wo ist er jetzt? Hin? Hä? Auf dem Dach oder was? Ach, da bist du. Junge, dieses Jetpack ist so geil. Ich will das gar nicht mehr loswerden. Ich lade dir das noch schnell wieder auf, ne? Ich brauch das ja nicht aufgeladen. Doch. Was ist doch eben kräftig denn? Nein, das Batpack muss ich ja gleichzeitig ausrüsten, wie dieses Jetpack, damit es sich auflädt. Das ist auch echt. Och. Dann lade ich hab mein Batpack auf. Wenn du sonst nichts zu tun hast. Ja. Äh. Soll ich steigeln nehmen, oder? Ich wollte Gummischuhe nehmen. Und Glas. Obwohl, Glas kannst du auch machen. Glas? Glas machen? Aus Sand? Nee, nee. Glas haben wir schon irgendwo. Ist nur die Frage, worum? Hier ist ein Glas. Hier sind zwölf Glas Plain. Wo sonst machen wir noch ein bisschen Glas? Hier sind übrigens die Stone Slabs. Hier ist noch ein bisschen Stone. Hab ich gerade aus der Küste noch gefischt. Wo sind die Stone Slabs? Hab ich gerade im Inventar wart. Ich geb dir die gleich. Kosten, echt? Nö, wir haben keinen. Hier sind... Dann mach Glas. Hol Sand und mach Glas. Oder guck, ob wir Sand da haben. Ja. Ich hab das hingeschmissen. Da. Nimm. Nimm. Dann geh weg da. Da ist ein bisschen Glas auch noch. Glas will ich nicht. Du sollst doch Glas einsetzen. Wo denn? Also, dann geh ich mal Sand abbauen, würde ich sagen. Achso, ich... Ne, ich baue mir jetzt erst ein neues Jetpack. Ich will ein zweites Jetpack. Ich will ein Jetpack. Wie baut man das? Ne, ne, ne. Achso, stimmt ja. Jetpack. Aber das Elektrische, ne? Hm. Slow stone dust, slow stone dust. Refined iron. Advanced... Scheiße, oh ne Bedbox. Nein! Okay, erstmal Electric Circuit. Dann, äh, sechsmal Copper Cable. Das ist ja jetzt nicht so schwer. Das kenn ich ja schon. Also, das Circuit ist ja schon da, ne? Das Circuit... Ach, wir haben schon... Ach, ach. Jetzt haben wir ohne Ende. Stimmt, da war was. So, ähm... Circuit. Dann... Der soll da nicht hin. Lapislazuli, Redstone und Glowstone dust. Ach, du Schande. Lapis? Wo man Lapislazuli braucht? Ja. Äh, zweimal Redstone. Nochmal zweimal Redstone. So. Jetzt. Zweimal Lapis. Zweimal Glowstone. Die mal Redstone. Advanced Circuit. Dann, äh... Eine Bedbox. Ach, du Schande. Äh... Einmal eine Re-Battery. Und einmal ein Copper Cable. Hm. Ah, jetzt hab ich's gefunden. So, Re-Battery. Zweimal Tin, zweimal Tin. Redstone, Dings. Ich bin tatsächlich ein bisschen raus. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie man das ganze Zeug baut. Du hast eine Anleitung dafür. Ja, ich weiß, aber... Ich konnte mal ein paar Sachen tatsächlich auswendig. Das war schon echt, äh... Cool. Halt. Ich glaub, ich mach's grad wieder falsch. So war das. Und dann... Ich brauch drei. Das heißt so. Und dann brauch ich mal Redstone. Ja, ich hab's geschafft. Ich hab wieder ein paar Zofia-Ready-Batteries gemacht, weil ich vergessen hab, dass er immer so viel macht, wie er gerade Zeug da hat. Egal. Wie schlimm ist das nicht? Gut. Oh ne, wie war das nochmal mit der Bed-Box? Bed-Box. Bed-Box. Ähm. Jet. Jetpack. Bed-Box. Ah, noch ein Copper-Cable. Okay. Ähm. Mhm. Copper-Cable. Und das und das. Dann haben wir eine Bed-Box. Und jetzt müssen wir das Ganze nochmal zusammenfügen mit Refined Iron. Iron. Haben wir irgendwo noch Iron? Bestimmt. Oder nicht? Na, in der... In der... Äh. In der... In der... In der Kiste... Ach, nee, im... Im Table ist bestimmt noch was. Nee, da ist nichts mehr. Ich mach Neues. Sonst ist auch nichts mehr. Ich hab grad durchbeguckt. Äh, übrigens, ich hab dein Glas gefunden. Ich habe 22. Ja, ich hab grad grad was in den Ofen getan. Also... Ach so. Ja gut, dann war das das, was du in den Ofen getan hast. Gibt's eigentlich auch eine automatische Sensor oder irgendwie sowas? Äh, ich glaube tatsächlich... Wie eine automatische Sensor. Wie würde das denn dann heißen? Ja, äh, was zum Einpflanzen. Was Elektrisches. Ach, was zum Einpflanzen. Also, um... Um das Feld, äh, so, äh, zu machen. Mit dem Ding, äh, da gibt's eine Electric Hoe. Also eine elektrische Hoe, quasi. Äh, Electric Wrench, Electric Hoe. Ah, Electric Hoe. Was ist Electric Wrench? Ähm, das ist quasi ein Schraubenschlüssel, nur halt elektrisch. Für mich nachher interessant. Electric Hoe, cool. Ah, geil. Bau ich. Habe ich eh das Nötige grad da. Das... Weil dafür die ganze Zeit das Eisen zu verschwenden ist ja auch nicht das Wahre. Oder sonst irgendwas. Ganz egal was. In jedem Fall irgendwas dafür zu verschwenden ist unnötig. Hm. So. Ich glaube, wir können die Fassade sogar noch nach, äh, rechts und links noch ein bisschen erweitern. Unten auch? Oder nur oben? Äh, unten nur oben. Ich würde nur oben. Ach so. Okay. Nee, oder? Müssen wir aber nochmal alles abreißen? Musst du alles nochmal mit Kohle schmelzen? Oder mit Elektrizität? Nein, da müssen wir nichts abreißen. Wir erweitern nur die Fassade. So. Du fährst da an. Koldust? Was zum Teufel bringt Koldust? Lass es einfach durchlaufen und dann... Es bringt verdammt nochmal Diamanten. Ah. Okay. Dann, äh, kritisier ich nicht weiter. Weil daraus kann man sich nämlich Diamanten pressen. Das ist cool. Äh. Weiß man, dass ja alle Diamanten besteht aus Kohlenstoff. Und Kohle ist quasi Kohlenstoff. Ja, ja, ich weiß. Für die ungebildeten Menschen unter uns. Ich bin nicht ungebildet. Vor allem nicht im chemischen Bereich. Nee, du nicht. Äh. Du hast mich aber schon immer als ungebildet bezeichnet. Deswegen wollte ich mich gerade direkt verteidigen. Weil ich schon wieder dachte, dass du mich wieder angreifen willst. Persönlich. Böser Mensch. Äh, ich böser, böser Mensch. Immer ich. Ja, immer du. Äh. Und das schon wieder. Scheiße. Ich habe echt das Gefühl, ich habe gerade derbe Probleme mit meiner Internetleitung. Hm. Kann gut sein, ne? Hm. Ich habe halt irgendwie eh immer Probleme mit der Internetleitung. Aber gerade ist es echt etwas böse. Ich kriege noch nicht mehr mehr Kisten-Sounds. Ach doch, jetzt kriege ich es wieder. Gerade eben hat das gerade derbe gespackt. Und ich habe ein zweites Jetpack. Jetpack. Und eine Home. Ein Elektrik Home. Alles andere würde mich auch schwer wundern, wenn du das hast. Weil, wer hat schon eine Hure zu Hause? Du willst gar nicht wissen, was ich alles zu Hause habe. Stimmt auch wieder. So. Mein Jetpack ist aufgeladen. Jawohl. Wenn ich schlafen gehen, dann kann ich nämlich auch sehen, was ich da baue. Okay. Warte noch eine Sekunde. Ich lade gerade noch meinen Drill nochmal auf. Das geht auch nebenbei. So. Jetzt. Ah. 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 So. Und ich fliege jetzt und besorge Sand. Ich fliege jetzt einfach ein bisschen tiefer rein. und mache da einfach so eine riesen Sandmine. Mach. Da, wo der Stein ist. Wie, wo der Stein ist? Hier ist Stein in der Wüste. Aha. Und ich habe gerade Chunk Bugs mal wieder. Mach hier eine Sandmine auf. Hier. Ganz genau. Hier. Alter. Der Bohrer geht da ja durch, als wäre das gar nichts, ne? Du hast ja auch einen Diemann-Bohrer, ne? Junge. Junge, Junge. Scheiße. Ich kann ja gar nicht mehr kontrollieren. Ach du Schande, der ist leer. Ich brauche mein Bedpack. Hör. Ich mache so lange, bis das Bedpack leer ist. Ich hänge fest im Server-Bug. Ich sollte nochmal rejoin. Ah ne, jetzt geht's wieder. Nein, es geht. Es geht gar nicht klar. Ich muss einmal schnell. Neu connecten. Ah. Hey, diesmal ging es schneller. Die Texturen sind alle aufgebaut. Ich glaube, es läuft jetzt besser. Also, so rein vom Gefühl her müsste es diesmal besser laufen. Scheiß Gras. Scheiß Wives. Ich brauche nur puren Sand in meinem Inventar. Ich hätte mein Inventar vorher übrigens leeren sollen. Das wäre eher intelligent gewesen. So. Wie viel Sand meinst du? Kann man mit einem vollen Bedpack und einem vollen Drill abbauen. Probier's aus. Mein Inventar verkraftet das aber nicht. Ich hätte den in den Rucksack mitnehmen sollen. Junge, der spackt schon wieder die ganze Zeit. Ich kann mich einfach nicht mehr bewegen. Da hier zu viele Items in der Nähe rumliegen. Weil du zu schnell abbaust. Ja, ich weiß. Habe ich gerade gemerkt. Jetzt habe ich rejoined. Jetzt läuft alles wieder. Sollte es bleiben lassen. Ich brauche mal ansonsten ein bisschen Scaffolding. Scaffold? Was war das nochmal? Die Podeste. Hm, ach genau. Ach, ich habe gerade... Ich nehme ja mein Ding jetzt gleich mit und dann... Was zum Teufel ist TT? Was ist Home? Home ist unser Home. Und was ist... Ach, Lava. Jetzt sehe ich übrigens auch deine Waypoints. Das hat scheinbar endlich funktioniert. Solltest du eigentlich nicht sehen, aber keine Ahnung, warum du die jetzt siehst. Also, TT ist auf keinen Fall meiner. Und Fragezeichen auch nicht. Lava auch nicht. Nö. Das ist auf meinen Mist gewachsen. Ne, äh... Du hast die letztes Mal irgendwie freigeschaltet für mich oder so. Und meintest dann, das müsste gehen. Aber mir wurden die nicht angezeigt. Jetzt werden sie angezeigt. So... Wo soll ich denn den Sand hinpacken? In den Ofen. Wo ist der? Die haben ja... Achso, wir haben ja ziemlich viele Öfen, ne? So, du hast jetzt, ähm, zumindestens hier ein bisschen was eingemauert, ne? Also, hier sind eingemauerte Löcher, ne? Vier Stück eingemauerte Löcher. Da darf Glas rein. Na hier. Ach, die, die Dinger hier? Die Fenster? Genau. Aber nur die eingemauerten, ne? Die außen, da lassen wir nochmal da. Richtiges Glas oder Glass Plains? Richtiges Glas. Ich mag die Glass Plains. Ah, du hast auch, äh... Ach nee, das wurde ja... Ist das in Minecraft implementiert in der Version schon? Was denn? Seamless Glass? Äh... Oder ist das ein Texture-Pack? Nein, das hab ich zusätzlich eingebaut. Okay. Weil ich... Ist das im Texture-Pack drin, oder ist das so drin? Ich glaube, es... Ne, das hab ich zusätzlich eingebaut. Okay. Ähm, so. Erde kommt wieder aus meinem Inventar raus. Das ist genauso wie Junglewood. Noch wieder Rest vom Sand. Die Werkzeuge nehme ich trotzdem mal mit. Ähm... Das Steak esse ich. Tu, was du nicht lassen kannst. Ähm... 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 So... Gummi kommt da hinten rein, ne? Ja, da ist Gummi. Die Bowl packe ich hier rein. Und jetzt hole ich mir noch... Wo ist der Rucksack? Hast du den Rucksack an? Ja, ich glaub. Soll ich den hier runterwerfen? Ja. Boah, warte, ich komm hoch. Ich kann noch hochkommen. Ne, ich werf ihn hier runter. Sehr schön. Jetzt, äh... Wenn ich den anhab, kann ich den mit Rechtsklick öffnen, oder wie? Kann ich ihn öffnen? Ja, ne, den musst du... Äh... Den musst du auf dem Slot haben. Und dann... Mit Rechtsklick öffnen. Und mit auf welchem Slot? Ja, auf den, den... Auf den, den du rechtsklickst. Ich rechtsklicke, aber es passiert nichts. Du musst den in der Hand haben und damit rechtsklicken. Ah, achso, in der Hand haben. Ah. Okay, jetzt... Ah, jetzt sehe ich es. Okay, sehr schön. Gut. Ich war kurz verwirrt. Das ist das Schöne an Scaffolds. Ja, das ist das Schöne an Scaffolds. Und du baust alle erst ab und alle fallen runter. Ja, das ist durchaus praktisch. So, ich lade jetzt nochmal alles voll auf. So. Und jetzt, dann zieh los und... Ohne mir noch ein bisschen sonstiges Zeugs. Das Bedpack. Einmal umladen und währenddessen fülle ich deine Löcher mit Glas. Hört sich ein bisschen falsch an. So. Guck hier beim, äh, beim Dingens Pack geht's ja auch. Beim Jetpack geht's ja auch mit dem Sound. Also das lässt sich ja sicherlich einbauen. Ne, wenn du... Oh, jetzt klingt bei mir grad das Telefon. So, jetzt ist es leise. Hörst du mich noch? Nö. Hä? Ja, ich hör dich natürlich noch, Menschenskinder. Warum antwortest du mir nicht? Worauf denn? Auf was denn? Ich habe gesagt, äh, dass du Unrecht hattest. Oder, beziehungsweise, dass man es implementieren kann. Ja. Wenn man will, kann man das implementieren. Na klar. Fände ich cool, aber warum macht das niemand? Weil sie es können. Oder weil sie es nicht können? Ja. Ja.